Hallo und damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zum LSN19 Tierfahrenprojekt auf der nordfriesischen Marsch mit meiner Wenigkeit. So, wir sammeln hier aktuell noch unsere Silageballen ein. Wir müssen ja leider nochmal fahren. Aber dann haben wir alles. Also wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Ballen stehen uns im Endeffekt noch zur Verfügung. Und dann haben wir alles. Haben wir aber auch sehr gutes Kapital rausgeschlagen. Ich glaube, beschweren kann man sich da eher weniger. Und ja, dann geht es ans Flügen einer ganzen Geschichte. Beziehungsweise wir könnten vorne auf den Wiesen, ich weiß es gerade gar nicht, das müssen wir schauen. Ah ja, vorne auf der Wiese könnten wir auch schon mal da krass, also Silage machen. Das ist auch schon wieder komplett reif. Also Silage finanziert uns hier den Hofalltag. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, uiuiuiui, dass das trotzdem noch so viel bringt. Haben wir also mal gut geslidet, Alter. Ja, deswegen. Heute ist Samstag der 5. Oder? Genau. Samstag der 5. Januar 2019. An der Stelle, weil es gerade nochmal am Anfang ist, ich habe mir für das Jahr, weil es hieß ja immer so, nimmt man sich für das Jahr solche Vorsätze und bla 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 bla. Ne, habe ich euch ja schon erzählt. Ach komm. Zahlen und Geld. Zahlen sind Zahlen. Geld ist eine Währung. Und ist leider, muss man ja auch dazu sagen, in der heutigen Zeit wichtig, denn ohne Geld kann man nicht leben. Aber das ist trotzdem so secondary bei mir, ne. Aber Zahlen sind Zahlen, Geld ist Geld. Aber so mache ich mir nichts großartig draus. Aber ihr habt mir ein was vorgenommen. Ein was vorgenommen. Und zwar, ähm, ist es aber auch eher aus, ja nicht aus Trotz, aber einfach so als, nennen wir es mal, das wird der Troll des Jahres 2019. Ne. Da, ähm, da kann man sich beim lieben Tino bedanken. Oder beim Manus. Ähm, weil der hat mich auf diese, ähm, eigentlich dumme Idee, was ist dumme Idee, sinnfreie Idee, äh, aber trotz all den gebracht. Und zwar, ähm, Instagram, Instagram, ja, die App, ja, sollte jeder kennen, ne, da wo die schönen Bilder da sind. Den Account habe ich auch, ne. Könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung abchecken. Steht irgendwo, naja, da so bei über Sachsen jetzt bleh, irgendwo steht da mein Instagram-Account, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wenn ich bei Instagram-Saxsen-Gaming eingeben, findet man mich. So. Und ich habe mir für 2019 in dem Bereich ein was vorgenommen. Im Jahr 2019 wird es mindestens ein Bild pro Tag von meiner Person geben. Warum mindestens, wenn Gamescom, Farmenkonto so eine Kacke ist, kommen sowieso mehrere Bilder, ne. Da würde ich mich da in dem Fall nicht einschränken. Aber normalerweise war das so, ich habe im Jahr 2018, also letztes Jahr, habe ich 53 Bilder übers Jahr gemacht. 53, das sind... Das ist eine sehr gute Frage. Moment, Taschenrechner, wir haben 365 Tage gehabt, durch 53. Das sind im Durchschnitt aller 6 Wochen... Kommt das hin? Ne, 6,8. Rechnen wir das überhaupt so? Aller 6 Tage, ne, im Durchschnitt, Entschuldigung. Im Durchschnitt aller 6 Tage, kommt aber auch nicht hin. Ne, ich glaube, man muss das nach Wochen rechnen, ne. Wir hatten 52 Kalenderwochen. Ja, irgendwie 52 Kalenderwochen. Das durch, sagen wir mal 52, das heißt eigentlich im Durchschnitt, jeden Tag ein Bild. Äh, jede Woche ein Bild. Im Durchschnitt. Naja, naja, doch so, so kommt es eher hin. Das ist jede Woche ein Bild. Was aber teilweise auch Bullshit ist, weil mal, also gut, das ist der Durchschnitt, ne, ist klar. Äh, liegt aber auch einfach daran, dass dann halt mal da mehr kommen und dann mal wieder gar nichts. Dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt Gamescom beispielsweise 10 Bilder hochlade, äh, und dann 10 Wochen lang nichts mache, ist der Durchschnitt immer noch das gleiche, ne. Deswegen. Und komm, nimm auf, nimm auf, nimm auf, danke. Genau, und, ähm, da hab ich mir gedacht, okay, jeden, jeden blöden Tag ein Bild von mir, auch irgendwas Sinnvolles da, ne, mit irgendeinem sinnvollen Text, whatever, oder irgendwie sowas, dass es halt Sinn ergibt. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Tage das Jahr 2019 hat, ab 364, 365, whatever. Äh, genau. Aber mindestens jeden Tag ein Bild, sodass man am Ende des Jahres 2019 mindestens 365 Bilder hat. Mit meiner Fresse. Und dann bin ich gespannt, was die Best of Nine, das ist diese App, die hat immer die besten neuen Bilder des Jahres zusammensucht, was da für eine Scheiße rauskommt. Also ohne Witz, ich bin da jetzt schon dermaßen gespannt, was da für behinderte Bilder rauskommen werden, die ich dann 2019 hochgeladen habe. Das ist so mein einziger Zielvorsatz. Denn, was Manus oder Tino damit im Endeffekt zu tun hat, Tino hat 2018 so komplett random angefangen, irgendwie jeden Tag, oder gefühlt fast jeden Tag ein Bild zu posten. Aber nicht von sich selbst, sondern von irgendwelchen Scheiß-Traktoren. Ja, und mit Scheiß-Traktoren meine ich jetzt nicht, dass jetzt der Fender oder JCB oder was auch immer drauf ist, dass ich die Marke scheiße finde, nein. Aber halt Traktorenbilder. Wo ich mir jetzt denke, das war dann der Grund auch, warum ich ihn dann, warum ich ihn auf Instagram nicht mehr folge. Weil mich das einen Scheißdreck interessiert, Alter. Ich verfolge doch einen Instagram-Account von einer Person des öffentlichen Lebens. Ähm, weil ich die, da was aus dem Alltag, oder das eine lebende Person sehen will und nicht irgendwelche random Landwirtschaftsbilder. Ja, deswegen habe ich ihn, da habe ich ihn auch so gesagt, aber ganz schockiert. Aber, naja, man kennt mich direkt, Will Talk, fertig. Finde ich Blödsinn, hat damit nichts zu tun, bla bla bla. Und so war dann sofort gut. Und man hat dann auch in den Best of Nines gesehen, acht Bilder mit Traktoren und dann eben Bild mal von Weihnachten. Ja, ja. Wenn das der, wenn das der Sinn dahinter ist. Ähm, mag man sich noch mal streiten. Tino ist sein, Tino macht das so, wie er es macht. Hat seine Absichten oder Gründe dahinter, whatever. Und, äh, das ist alles schön gut. Für mich ist es nichts, deswegen verfolge ich den Kanal auch nicht. Und, uh, 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 uh. Oh mein Gott, Physik. Oh, das ist mal gut gegangen. Ne? Aber das hat so mir den Anspruch gegeben, ey, okay. Tino, ich zeig dir mal, wie das eigentlich gedacht ist. Und lad dann halt dementsprechend, also so der, der Vorsatz, lad dann dementsprechend jeden Tag, äh, im Jahr 2019 eine Fresse von mir hoch, dass man dann noch best, oder, oder irgendeine Situation, whatever, wo ich halt mit drauf bin, ne, was weiß ich denn, äh, und lad das dann auf Instagram hoch. Sodass man dann über das Jahr verteilt so sehen kann, das hat der Typ gemacht. Spoiler dafür, es werden sehr viele Bilder in der Wohnung irgendwo entstehen. Ich meine, ich hab jetzt nur 52 Quadratmeter, aber es gibt bestimmt immer irgendwelche Winkel, dass irgendwelche Ecken anders aussehen. Würde ich fast behaupten, ne? Also von daher, ich werde da schon was finden. Und wenn es im Flur ist, oder vor der Haustüre, oder, keine Ahnung, in meinem Keller. Scheiß der Hund drauf, ne? Wir werden da schon was finden. Ich kriege da irgendwie, kriege ich schon 365 Bilder, Minimum, zusammen. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Da müsst ihr euch definitiv keine Gedanken machen. Gut, auf der anderen Seite heißt es auf der Gamescom auch, pulsieren, 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 dass da ein Bilder rauskommen. Boah. Ho, 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 scheiße. Da hab ich ja jetzt schon Bock drauf. Aber ne, was tut man nicht alles für den Troll? Der Weg. So. Aber noch an dem Punkt, was habt ihr euch irgendwie so für 2019 Gruselortet? Habt ihr euch da was vorgenommen? Oder sagt ihr so, okay, das will ich definitiv 2019 erreichen? Oder halt dementsprechend auch nicht erreichen? Ne? Oder sagt ihr, ach, wir wollen nicht sterben. Oder ich will nicht sterben. Und das ist gut so. Ne? Kann ich auch nachvollziehen. Ist ja mein Segen. Äh, äh, mein Reden. Aha. So. Wunderbar. Das kann abgegeben werden. Yay. Und jetzt heißt es, erst mal den wieder zurückschaffen. Wir haben wieder 79.000, Freunde. Kann man machen. Kann man machen. Also Silasche rettet uns hier den Arsch. Und das ist geil. Ich weiß, es heißt Tierfahnenprojekt. Ich weiß, es soll da eigentlich mehr um die Tiere gehen. Aber ihr wisst auch, es ist nicht so einfach im 19er. Es ist halt echt nicht so einfach. Wir haben Tiere. Wir haben Tiere. Also der Projektname stimmt schon mal. Aber ich hätte mir das am Anfang auch ein bisschen anders gedacht. Aber jetzt machen wir es besser aus der Situation halt. Ich will hier, wie gesagt, nicht rumcheaten und sonst was. Und bla und tralala. Sondern wirklich so von Null auf. Ja, da gibt es bestimmt auch easy, 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 einfachere Karten. Meine Fresse. Einfachere Karten als jetzt nochmal die NF-Marsch. Bestimmt hätten wir auf der Hersefeld weniger oder vielleicht andere Gegebenheiten vorgefunden. Aber es ist okay. Dann kaufen wir uns halt die Felder und die Landschaften. Dann kaufen wir uns dann halt über Silasche. Hm, nicht das Problem. Ein bisschen was Offscreen, ein bisschen hier was. Ich glaube, das wird schon was. Ich hoffe halt echt mal auf CP, weil dann können wir echt irgendwie aktiver werden. Irgendwo. So, aber jetzt heißt es, ist der, ja, ist der final Fluch. Denn jetzt müssen wir anfangen mit Flügen. Und wisst ihr was, was mich da ein bisschen annervt? Wir können den, den Dings, den wir hier haben, den Pro, können wir hochschrauben auf 261 PS. Ja, in der nächste größere, interessante Pflug, ja, mit 4 Metern, braucht 300 PS. Danke dafür. 108 PS ist jetzt der Spaß hier. Hm. Na ja, bieten wir uns das Gerät. Und dann geht die Luzi ab. Das, wie gesagt, wir fangen jetzt nur noch die letzten Minuten hier an. Ziehen nur um Randungen. Das ist eh nämlich besser. Und den Rest werde ich für euch Offscreen machen. Weil das dauert sonst viel zu lange für euch. Beziehungsweise ist allgemein viel zu lange für das Let's Play. Deswegen, das müssen wir uns dann definitiv nicht antun. So. Aber jetzt ist ja nur alles fertig, ich muss dann eh vorspulen. Mehr wie jetzt können wir eh nicht machen. Das Gelumpe ist angesäht, gedüngt, gekalkt, das passt. Aber vorspulen wir uns trotzdem nicht, weil ich will dann noch das Feld fertig kranken, dass wir dann am nächsten Tag ingehen schon dann zwei Felder bewirtschaften können. Das wäre nämlich sehr schön. Deswegen machen wir da jetzt Spulereitechnisch noch nicht. Das ist ja echt nur 43 Pferd, ne? Aber Klick hatte ja eigentlich eine ganz gute Idee. Das Problem ist, also das hat er ja damals im Hersfeld gesagt, äh, mittelgroße Traktoren. Und zwar hier, der Marseille Ferguson. Kostet 176k, hat 210 PS und Verstandesleistung. Geht auf 280 hoch. Krasses Teil. Dann kostet er allerdings auch schon über 200.000. Und das wird nämlich das Problem sein, da hätte man anders anfangen müssen. Weil jetzt so in der jetzigen Situation, wenn ich die zwei hier zusammenzähle, komme ich auf 140. Nee, lohnt nicht. Das lohnt nicht, das lohnt leider nicht. Aber das müsste man sich bei anderen Projekten dann mal merken, dass das da das idealere Gerät dafür ist. So, dann klappen wir den Pflug mal auf. Der war schon aufgeklappt, okay. Dann klappen wir den Pflug noch einmal auf. Ich glaube, das ist jetzt so an der Stelle hier richtig. Der tut sich jetzt nicht... Ah, doch. Okay, das ist schon als Feld definiert. Oh, schön. Da muss ich ja gar nichts weiter tun. Ah, da muss ich nicht mehr Felder zulassen. Idiotensicher. Das erfreut mich natürlich. Dann können wir das Ganze hier pflügen, ohne dass ich ein neues Feld erstellen muss. Ja gut, dann ist das wirklich idiotensicher. Wunderschön. Und dann wird diese wunderschöne Grasfläche hier zu einem Feld umfunktioniert. Na läuft das. Ich meine, wenn wir das beides zusammenzählen, sprich die Wiese, die wir jetzt neben den Hof haben und die Wiese hier, da kriegt man halt echt schon krass viel Silage halt raus. Aber ist halt nicht Sinn und Zweck. Wir müssen da echt mehr. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler wie im Live-Projekt im Endeffekt machen. Na, mit einem Feld da rumtümpeln und so. Das ist halt echt nicht so pralle. So, ich glaube aber, ich mache das gerade verkehrt rum, oder? Oder mache ich das richtig rum? Normalerweise müsste da der Reven, der Reven, warte mal, ich drehe das mal um. Der Reven darf doch nicht im Gepflügten sein. Der muss außerhalb sein. Ja, ich lepple selber da einen Schuh draus. Ja, genau, weil hier immer Kante, ah ja, Kante an Kante. Okay, gut, sorry, da muss ich die erste Bahn falsch gefahren. Da bin ich die erste Bahn wieder falsch gefahren. Normalerweise müsste das dann ja hier genau so und dann so, dass man da Kante an Kante auch nicht. Und immer wieder kriege ich Sinn, hier da drin eine freie Stelle zu lassen. Das müssen wir auch gleich auskorrigieren, weil sonst wirst du adlisch dabei. Und sonst wirst du ziemlich adlisch dabei. Gut, meine Freunde, ich bedanke mich erst mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen und ich kann hier eh wieder ausgleichen. Euch noch einen schönen Samstag, glaube ich. Ja, Samstag. Tschü-tü-lü! Tschü-tü-lü!